Am 9. Prozestag gegen den ehemaligen SS-Mann Reinhold Hanning hat heute das Gericht als allererstes über zwei Anträge entschieden, die in der vergangenen Woche von mehreren Nebenklägervertretern gestellt worden waren. Es ging zum einen darum, das Gericht möge drei weitere Holocaust-Überlebende als Zeugen hören und zwar nicht hier in Deutschland in Detmold vor Ort, sondern das Gericht möge dafür nach Atlanta reisen. Das ist abgelehnt worden, unter anderem mit der Begründung, dass die Überlebenden zu der eigentlichen Tatbeteiligung des Angeklagten wohl nichts sagen könnten und dass man über die Umstände, die Lebensumstände im KZ Auschwitz schon viel von den Zeugen gehört hat, die bisher hier vor Ort ausgesagt haben. In dem zweiten Antrag ging es um die Einführung des sogenannten Höcker-Albums als Beweismittel. Dieser Antrag ist zunächst einmal zurückgestellt worden, weil Fotos aus diesem Album die hohe SS-Männer, die auch an der Ungarn-Aktion in Auschwitz beteiligt waren, zeigt, auch Bestandteil der weiteren Beweisaufnahme sein werden. Im Mittelpunkt des 9. Prozestages stand die Aussage des Historikers Dr. Stefan Hörtler. Er hat relativ umfangreich berichtet über die Strukturen, die bei den Wachmannschaften in Auschwitz herrschten und im Spezifischen auch über die Struktur der dritten Kompanie, in der Herr Hanning ja den überwiegenden Teil seiner Zeit in Auschwitz war. Viele dieser Männer, die in dieser dritten Kompanie waren, kannten sich schon vorher, hatten gemeinsame Einsätze, beispielsweise an der Front, waren anschließend, so wie Herr Hanning, verwundet worden und im Ersatzbataillon in Stralsund untergebracht und von dort aus nach Auschwitz abkommandiert worden. Dr. Hörtler hat dann auch noch erklärt, dass Unterscharführer eine sehr zentrale und wichtige Rolle in einer Kompanie hatten. Die waren überwiegend als Gruppenführer, seltener auch als Zugführer eingesetzt und hatten sowohl, was die Befehlsgewalt anging, als auch, was die sonstige Führung anging, schon eine Schlüsselrolle. Ein Nebenklägervertreter hat heute einen Antrag gestellt, über den das Gericht in der kommenden Woche vermutlich noch entscheiden wird. Da geht es darum, den ehemaligen SS-Mann, den sogenannten Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning, als Zeuge zu vernehmen, um herauszufinden, ob Herr Gröning, den Herrn Hanning persönlich kennt, ob die gemeinsam gearbeitet haben, sich in Auschwitz getroffen haben oder Ähnliches. Das Interesse an dem heutigen Prozesstag war relativ gering, gemessen an den Tagen zuvor. Die Zuschauerränge waren nicht voll besetzt, das heißt, es waren deutlich weniger als 85 Zuschauer da und auch die Presseplätze waren wieder nicht voll besetzt. Mit Zustimmung des Angeklagten Reinhold Hanning hat das Gericht heute fast eine Dreiviertelstunde überzogen. Normal sind ja zwei Stunden Verhandlungen. Er hat aber zugestimmt, dass noch eine gute halbe Stunde drangehangen wurde und der Historiker weitere Ausführungen machen konnte. Nichtsdestotrotz ist Herr Dr. Hörtler heute nicht fertig geworden und wird am kommenden Prozesstag, am kommenden Freitag erneut gehört werden.